Das Orgelporträt, die frühbarocke Orgel in Aufkirchen. Amen. Amen. Aufkirchen ist ein Ortsteil der Gemeinde Gerolfingen im Süden des mittelfränkischen Landkreises Ansbach. Im Mittelalter hatte das heute rund 350 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Dorf eine große Vergangenheit. 1241 wurde Aufkirchen im Reichssteuermatrickel als Reichsstadt bezeichnet. Kaiser Ludwig der Bayer verpfändete die Stadt 1336 an die Grafen von Oettingen, in deren Herrschaftsbereich Aufkirchen immerhin noch ein Oberamt war. Zwei große Brände im 17. Jahrhundert zerstörten den stolzen Ort dann weitgehend. 1862 kam der Ort zum damals neu geschaffenen Bezirksamt Dinkelsbühl, dem späteren Landkreis Dinkelsbühl, und mit diesem im Zuge der Bayerischen Gebietsreform 1972 zum Landkreis Ansbach. Damals verlor Aufkirchen auch seinen Marktstatus und wurde nach Gerolfingen eingemeindet. Die Pfarrkirche, ehemals Sankt Johannes, stammt in ihrem Kern aus dem 14. Jahrhundert und erhielt 1697 bis 1712 ihr heutiges Aussehen. Der barocke Altar wurde 1686 aus der Schlosskirche Oettingen nach Aufkirchen übertragen. Gegenüber steht raumbeherrschend die Orgel, die 1663 ursprünglich für die Dominikanerkirche in Eichstätt erbaut wurde. Auf die interessante Geschichte des Instruments werden wir gleich noch näher eingehen. Zu Beginn erklang, gespielt mit dem vollen Werk, eine Intonatio Quartitoni von Sebastian Anton Scherer. 1631 geboren, wirkte Scherer als Organist am Ulmer Münster und gab 1664 seine Orgeltabulatur im Druck heraus. Hören wir im Folgenden einige Einzelregister und Klangfarben der Aufkirchener Orgel in Facetten zum Magnificat Septimitoni von Johann Kaspar Kerl. Dieser wirkte seit 1656 als Leiter der Hofkapelle in München, bevor er 1674 zum Hoforganisten und gleichzeitig zum Organisten am Stephansdom in Wien berufen wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Dominikanerkirche St. Peter und Paul in Eichstätt wurde 1279 fertiggestellt und Anfang des 17. Jahrhunderts umgestaltet 1597 erhielt die Kirche auf dem damaligen gotischen Lettner eine Orgel aus der Werkstatt des Nürnberger Stadtorgelmachers Peter Grünewald Dieser war ein Schüler des berühmten Hermann Raphael Rottenstein Pock, der aus den Niederlanden stammte und damals in Zwickau seine Werkstatt hatte 1660 wurde im Zuge einer Umgestaltung des Kircheninneren der Lettner abgetragen und durch eine Westempore ersetzt 1663 wurde die alte Grüne Waldorgel um ein zweites Manual erweitert Zwei manualige Orgeln sind in jener Zeit im süddeutschen Raum noch etwas durchaus Außergewöhnliches Wer diese Arbeiten ausgeführt hat, ist nicht überliefert Doch kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit Johann Philipp Wenzel als ausführenden Orgelbauer annehmen Über ihn weiß man sehr wenig Er ist mit Tätigkeiten zwischen 1650 und 1693 nachweisbar und hatte seine Werkstatt in Eichstätt Eine 1687 von Wenzel erstellte Angebotszeichnung für einen geplanten Neubau in Wolframs-Eschenbach bei Ansbach sieht in vielen Details der Eichstätter Dominikanerorgel so ähnlich, dass ein Zusammenhang geradezu ins Auge fällt Nach der Säkularisation und der Auflösung des Klosters wurde die Orgel 1816 nach Aufkirchen verkauft Bei der Aufstellung im neuen Raum musste der Mittelturm des Gehäuses um 75 cm gekürzt werden Der flache, dabei mit 8x8 Metern vergleichsweise monumentale Prospekt ist typisch für viele süddeutsche Orgelmacher im 17. Jahrhundert Er ist einer der ältesten, der uns in Mittelfranken erhalten ist Im 19. Jahrhundert wurde die Orgel dann mehrfach repariert und geringfügig verändert Einschneidend umgestaltet wurde sie jedoch erst 1967 Damals wurde auf Veranlassung eines Orgelsachverständigen die komplette technische Spielanlage der Orgel in damals moderner Weise erneuert und leider erfolgte auch klanglich eine Art Neo-Barockisierung Jetzt, nach über 50 Jahren, sind die durch die damalige, aus heutiger Sicht verfehlte Restaurierungsweise auftretenden Probleme unüberhörbar Die Gemeinde plant jedoch eine umfassende, denkmalgerechte Sanierung und Rückführung auf den gut dokumentierten Stand von 1663 Doch wird, Stand heute, mit der Restaurierung erst im Jahre 2024 begonnen werden Hören wir im Folgenden eine anonym überlieferte Canzona aus der sogenannten Nürnberger Tabulatur einer um 1650 entstandenen Sammlung, die aus dem Umkreis von Johann Staden und David Schädlich den damals führenden Organisten der Reichsstadt stammt Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.